Moin moin und hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Feudal. Wie immer mit dabei, Barok, Kuckuck, Juyuka, Hallo, Fritz Paulus, Moin, Lemmy, Hallihallo, Silkehne, und natürlich ich, was brummst du so? Du brummst auch. O-ofen kaputt schlagen. Sehr motivierte Arbeit. Ja, ähm, was muss ich tun, um Fläschchen zu bekommen, sonst mach ich mir die selber. Ich mach schon. Okay, machst du mir... Du musst Sand schmelzen zu Glas, du musst Glas zu Fläschchen ziehen, du brauchst drei Skills dafür, hau rein. Ähm, also muss ich Sand besorgen, ja? Mach ich schon, ich bin schon aufm Reiten. Okay. Und alles in Arbeit. Sehr gut. Dann kümmere ich mich nämlich darum, Mehl herzustellen. Du könntest helfen, die kaputten Öfen kaputt schlagen. Ja, bin ich sofort mit bei. Bisher ist es erst einer. Ja, aber den schon mal. Ja, nach dem Schmelzgang kommen gleich drei dazu. Ja. Beim kaputt schlagen bin ich immer dabei. So, welcher darf es sein? Der rechte, viereckige. Äh, halt. Der linke. Richtung Schmiede. Richtung Schmiede? Der andere, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich bin ruhig. Der von der Schmiede weg. Ja, ja, ja. Den anderen haben wir gerade erneuert. Also der zwischen Rennofen und Brennofen. Ja. Sein Team war wieder voll, äh, sehr spendabel bei mir. Ja, ich fülle immer mal bitte deine Ständchen auf, ne? Hm? und an. Ne? Ihr sind das Claudia, die sagte immer. Wenn ich mir zur Dutzung. Barock. Kommt drauf an, wie viel. Und dünnes oder dickes. Kann ich euch gleich sagen. Ich habe gleich 60 in Mauerhandwerk. Ich ballere nämlich die ganzen steilen, die sein Team hier gerade gebracht hat, die mich gerade ins innere Torhaus hat. Esse, esse, esse. Oh, 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 ja. Die wär echt ne Hilfe. Und dann noch mehr Reparaturkitzel. Danke. Euer Wunsch kann erfüllt werden. Kann ich auch nicht, aber ich kann dir trotzdem eine reinhauen. Ja, dann heil mich jetzt auch wenigstens. Dafür haben wir einen Heiler. Ach, komm. Zwei Trefferpunkte. Wo wollt ihr die Äste hinhaben? Wo wollt ihr die Äste hinhaben? Wo wollt ihr die Äste hinhaben? Zweimal neben die Schmiede. Zweimal? Ja. Boah, so viel Leder habe ich aber nicht. Da müsst ihr erstmal Leder holen gehen. Beziehungsweise ich brauche erstmal für mittlere Reparaturkitzel. Ja, aber stellen kannst du ja schon mal. Dann ist ja egal. Eine bauen wir schon mal und die andere wird dann danach gezogen. Ja, und eine Scheune kannst du dann auch schon hinstellen. Oder war das 65? Oh, beide Essen stehen. Gott. Oh, ich brauche ein Jung. Übertreibs nicht gleich. Barock. Bitte nicht so schreien. Warum nicht? Macht doch Spaß. Okay. Äh, wenn jemand noch Hartz-Damina braucht, ich habe da noch ein paar Tränkchen. Ja, 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 ja. Hartz-Damina brauche ich immer in Massen. Oh. Du sollst mir nicht schlagen, du sollst mich anhandeln. Dafür hole ich dir jetzt ein rein. Na, ja, komm. Danke. So, jetzt handel ich mit dir. Oh, Moment. Weil ich vor dir stand. Hä, wieso kann ich dich nicht anhandeln? Ich habe ein Fenster. Ich nicht. Jetzt nochmal. Ah, jetzt geht's. Ich muss mal gucken. Hast du schon so einen Trank genommen? Danke. Ich ja. Da kriegst du wahrscheinlich noch Beweglichkeit oder Geschwindigkeitsbonus drauf. Ne, nur Dingens. Hat er gut gebraut. Na, schön. Ja, es können ja auch zwei positive Sachen drauf sein. Ah, ne, der muss ein Skill höher sein. Entschuldigung. Kommt noch. Ja, das ist Ruck-Tuck erledigt. Der braut jetzt wahrscheinlich erstmal alle 1500 Kräuter, die er da zusammen hat, durch. Ne, so viel Alkohol hat er nicht. Der hat schon den ganzen Alkohol verbraucht. Und mehr kriegt er erst, wenn ich Flash hier hinkriege. Wer läuft da mit einem helllichten Tag mit der Fackel rum? Ja, die verbrauche ich gleich. Äh, ich hab die, weil ich gerade einen Ofen zerbreit hab. Falls noch jemand Stamina Tränke braucht, die sind in der Lebensmittelkiste. Dann kann ich gleich auch schon mal gucken, ob der Appelsaft schon wieder warm ist. Ne, dauert noch. Das dauert echt ewig, bis das Temperatur hat. Ja, ja. Auf wie viel Pflasten der eingestellt? 25? Ja. Ja, gut. Bei Wein weiß ich nicht. Der wird nicht warm. Der muss anscheinend wärmer. Äh, warte. 12 bis 18 Grad. 12 bis 18? Der muss kälter, okay. Ja. Warte, mach ich erstmal den Appelsaft durch. Warte, mach ich erstmal den Appelsaft durch. Hm, ich könnte ja wieder beten. Hatten wir uns wegen dem Lager schon entschieden, um alles oder Holz? Habe, kann ich sagen, Tien? Hast du zu welcher Weise noch Steine? Oder schon wieder Steine? Hm, ne. Na, verdammt. Nicht mehr als ich dir in die Karren gepackt hab. Äh, beim Lagerhaus hatten wir uns nicht festgelegt, nein. Aber ich denke, dass das Normale erstmal besser ist, weil wir nicht genügend Bäume momentan haben. Ja, okay. Das Holz hat halt 2000 Lagerkapazitäten mehr. Ja, ist klar, aber wo willst du die Bäume herkriegen? Ja, wenn wir jeder mit dem Karren in eine Richtung gehen. Da kriegst du da rein? 12. Kriegst du da rein? 6. 12. 12? Und in dein Inventory nochmal. Und wenn die da drin sind, kann ich ja mit dem Pferd immer vorbeikommen, abholen und wieder reinlegen. Das ist echt kein Thema. 200 Balken ist trotzdem ein Thema. Ja, aber 100 braucht das Kleine auch. Wenn wir das mit 4 Mann machen, dann ist das ja eigentlich recht schnell erledigt. Und ich brauch ne Windmühle, das dauert ewig mit dem Weizen hier. Nein! Jammer nicht schon wieder mit ner Windmühle rum. Doch. Nein! Mal gucken, wann ihr jammert, wenn ihr nichts mit zu essen kriegt. Dann fresse ich mein Erz. Zu Not suche ich Wurzeln. Ich hab genug Pflanzen. Ähm, die ersten sind falsch gesetzt. Falsch rum? Ja. Also nicht falsch rum, sondern quer und nicht diagonal. Also nach meinem Plan. Ist ja noch nichts drin. Kann er ja wieder neu setzen. Ja, ja, deswegen. Bevor der nochmal drin landet. Du hast gesagt, setz dahin, wo die Schmieden sind. Ich hab sie so gesetzt, wie die Schmieden sind. Dahin, wo die Schmieden sind. Nicht dahin, wie die Schmieden sind. Ja, die Richtung hast du nicht vordefiniert. Die Richtung hab ich das letzte Mal dreimal vordefiniert. Als wir die Diskussion schon mal hatten. Das ist zu lange her, da kann ich mich nicht dran erinnern. Lemmy? Ja? Prioritätsauftrag, Stufe 9. Hä? Es geht bis 3000, oder? Für, ähm... Priorität, wenn ich... Ja, Priorität... Das Wohnhaus lasse ich jetzt erstmal weg. Die 50 Balken probieren woanders benötigt. Äh, ja, sag mir einfach, was du brauchst. 50 Balken, zwei Türen. Den Rest organisiere ich. Das Glas im Brennenofen ist heiß, ne? Äh, kannst du rausziehen? Äh, mach ich aber auch gleich. Hab keinen Glasbläser. Ja, äh, für die Türen brauche ich halt die Bleche und die Schlösser. Das ist das Problem. Und die Schmiede geht ja gerade nicht, glaube ich. Nein, äh, die Bleche sind fertig. Äh, die Schlösser nicht. Können wir gerade noch nicht. Ich glaube, das sind höchstens noch welche vorproduziert. Vier Stück sind da. Äh, ja, Bleche haben wir auch sieben. Das wären nochmal drei. Und du brauchst wie viel Schlösser? Äh, Schlösser brauche ich für drei Türen. Äh, zwölf. Einen habe ich also noch elf Schlösser. Ja, nö. Dann brauchen wir erst zum Schmiede wieder. Boah, sägt denn der alte Holzmichel noch? Oder was ist hier los? Ich säg hunderte Wochen. Ja, ich bekomme ja hunderte Wochen Aufträge. Was brauchen wir für die Schlösser? Platten? Bleche. Äh, Platten. Platten, Entschuldigung. Haben wir noch genug nicht da? Wir haben auch erst ein paar hundert produziert. Ja, aber wir haben keine Schmiede. Was wiederum mein Auftrag am Bereich ist. Und ich hänge ich gerade hinterher. Haben wir noch genug Nägel? Sonst mache ich gleich Klumpen. Ja, ich... Dabei ist die einiger kaputt. Wieso ist die eine Schmiede wieder heile? Zaubertrick. Fritz? Ja, das war grafisch wieder heile. Das letzte Mal war die auch direkt, als ich sie ausgemacht habe, wieder heile. Äh, wo hast du den Mortel? Er hat den nicht, den muss ich haben. Äh, 20 Mortel bitte. So. Ähm... Wohin? Und, nee, nächste Baustelle. Vor dem Eckturm. Nichts zu übersehen. Habt ihr zufälligerweise ein Messerchen gebaut? Ja. Ja, das Fachverkaufs, oder was? Nein, das andere, was da steht. Äh? Der Eckturm. Nichts zu übersehen. Und daneben ist eine neue Baustelle gebaut worden. Nämlich eure Scheune. Ich sehe da keine Baustelle. Die sehe ich von hier oben. Ah, da. Oh mein Gott. So. Ich mit meinem So heute. Ich habe nur Return. So. Die linke Schmiede ist wieder in Funktion. Okay. Wie viele Klumpen haben wir denn noch? Ähm. Momentan könnte man ja sagen, ich bin hier Lord of the Weed. Na. 170, aber sind auch noch ein paar Nägel da. Ich würde auch lieber auf die Esse warten. Ja. Zum Klumpen produzieren? Werkzeug einschmelzen, kriegst Klumpen raus. Stimmt, ja. Und wir haben ein paar Werkzeuge da liegen. Ja, in der Linken. In beiden. In beiden. Die sind beide voll. Wow. So, die Linke ist komplett wieder hochrepariert. So viel Reparaturkits, wie ich hatte. Ist jetzt auf einer Qualität von 3.700 und... 3.700... Ne, 800 sogar. 815. Wir sollten den Jungs mal ein richtiges Schmiedehaus bauen. Das hat mehr Haltbarkeit. Auf jeden Fall. Ja, okay. Muss auch repariert werden. Das ergibt sich nicht viel. Mittlere Reparaturkits. Benötigt. Leder. Ich weiß. Dickes. Zwei Stück. Tja. Aber das Leder brauchen wir für die Schmiede. Ich bräuchte mehr Leder. Und da ich keine Tiere züchten kann... Müssen wir mal wieder jagen. Hattet ihr schon was in den Baustellen drin für die Essen? Nicht so, was ich weiß. Also bitte einmal so hinstellen, dass beide Blasebalge in Richtung Schmieden zeigen. Bitte was? Die Blasebalge, die jetzt in Richtung Haus zeigen, sollen in Richtung Schmieden zeigen. Quasi um 90 Grad drehen. Richtig. Oh mein Gott, die Darm und Herren wollen auch noch Realismus drin haben. Ja, bitte. Eigentlich müssen wir die Blasebalken in Richtung Mine zeigen. Ja, aber da müssen wir dahinter noch was weggraben. Das wird mit Sicherheit auch dann irgendwann passieren, wenn man mal langweilig ist. Aber jetzt nicht. Und da, wo mein Haus jetzt steht, wird halt irgendwann das Schmiedehaus hinkommen. Also kommen die beiden Essen, die hier vorne stehen, zumindest eine davon weg. Und dann haben wir da genug Platz. Es wird schon wieder duster. Schlimm, wa? Dunkel, dunkel. Nachts wird halt Smunkel. Ach, scheiße auf. Scheiß-Reim. Sie hörten sie in unsere Sätze, es ist hier Jugel von Tal. He, danke. Herr Barock, wir benötigen, oder ich benötige gleich eine große Abrissbirne. Dann bin ich hier die Abrissbirne, oder was? In diesem Fall ja. Weil das ist noch nicht im Reichweite des Monuments. Was denn, der Ofen? Nein. Dann nehm doch die Fackel und hau drauf. Das kann doch jeder von uns machen, der weiß, wie das Admin-Passwort ist. Und das sind hier drei Leute. Na egal. Jungs, Massenschlägerei, seien die ins Haus abreisen. Was? Warte, erst in Leihräumen. Da war noch was drin? Ja, ne Kiste. Warte. So, bitteschön. Bitte achtet drauf, dass ihr nicht irgendwas bei den Schmieden dahinter trefft. So, alles ist raus. Warte, 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 warte. Die beiden Truhen. Ja, lieber wegstellen, bitte. Erstmal wegstellen. Weil die könnten eventuell im Bereich nicht draufhauen. Ja, jetzt, wenn das verschwindet. Das dauert ja. Ja, ja, ganz sicher. Und weg ist es. Ja, deswegen. Pack die Kisten lieber gleich weg. Und zum Beispiel der Wagen dahinter wäre auch futsch. Welcher Wagen? Da steht kein Wagen, da stehen deine Küchen. Nee, da stand ein Wagen. Wo steht denn da ein Wagen? Den schiebe ich gerade weg. Hinter der linken Hütte, ja, da steht mein Wagen. Weil ich brauche Lagerplätze, mein ganzes Holz. Ist nur kurzzeitig, der kommt wieder hin. Keine Angst. Okay, ja, ja. Mir egal. Toll. Darum habe ich ja gemeint, weil ich jeden Platz bräuchte. Hütten wegreißen, wenn es geht. Ja, kannst du dich ein Stück vorwärts oder rückwärts bewegen, Lemmy, bitte? Ah ja, gut. Danke. Als ob das keine Art Blast war, ne? Das war rein zufällig. Wo kommt eigentlich die Katze schon wieder her, die hinter meinem Rücken sitzt? Von unten. Ja, aber wann? Wie können die sich auf die Rückenläde schleichen? Anscheinend schon. Wie mache ich das mit der Fackel da dran? Einhauen? Du nimmst die Fackel in der Hand und haust zu. Drückst R, dann gehst du in den Kampfmodus und dann drei oder vier. Je nachdem, wo du sie hingezogen hast, dann zieht der dicke Fackel. Mein schönes Haus. Ey, endlich hell. Es leuchtet. Der braucht Fackeln. Ich finde es hübsch, so. Ja, wir verkaufen es dann in der nächsten Aufnahme als Barbarenangriff. Toll, jetzt ist das so weggebrochen, dass ich es da nicht mehr treffe, oder was? Ah, hier treffe ich es wieder. Jetzt hast du mir meinen Platz weggenommen, danke. Musst du immer näher kommen? Alter. Hast du ein Problemchen? Ja. Ich treff's nicht mehr, was soll das? Täter, täter. Ne, 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 ne. Wo rennst du denn hin? Bleib mal stehen, mein Freund. Weg von dir. Blemmi, Blecher und Bende sind fertig. Schade, die Schmiede kann ich hier noch nicht hinsetzen. Okay. Warum? Weil ich sie noch nicht kann. Achso. Na, muss ich noch ein bisschen zimmern. Ach, da ist er ja wieder, mein Freund. Alter. Ist echt nicht nötig. Doch. Lass dir deine scheiß Zielscheibe bauen und werd glücklich damit. Tja, sie ist ja noch nicht fertig. Da musst du nicht mich anheulen. Nein, tue ich auch nicht. Ich benutze sie jedenfalls als Zielscheibe. Ne. Boah, das sieht so leer aus hier. Boah, das sieht so leer aus. 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 Okay, Respekt. Lemmy ist nicht von der schon langsamen Sorte. Fehlen nur die Balken. So, was war das für Wein, sagst du? 15? Äh, ja. 12 bis 18. Dann sollte das jetzt hinkommen. Ich brauche mal ein bisschen Kohle noch. Ihr habt ja bestimmt noch was, ne? In dem einen Fass, was du noch nicht geklaut hast. Ich habe eure Fässer noch nicht geklaut. Ich bin oft so dreckig zu grinsen, wenn du das sagst. Für die anderen vier Fässer braucht ihr jeweils zwei Metallbänder und 20 Nägel. Ja, ja, das ist Priorität nach hinten. Okay. Ah ja, jetzt heizt der Wein auf. Das heißt, ich bräuchte dann bald ein Gläschen. In Arbeit. Super. So. Achtmal schnapp es schon mal wieder in deine Kiste. Okay. Also, ich bräuchte mindestens 50 Stück, dann sollte es hinkommen. Weil ein paar habe ich noch. Jetzt, was du noch machen könntest, wäre Gegengift. Muss nicht unbedingt Fläschchen sein, reicht auch das Pulver. Wieso? Wer will uns denn vergiften? Wenn ich baue, habe ich so oft, dass ich hier diese Events bekomme. Du wurdest von einer Schlange gebissen. Und ein Gegengift und du gehst nicht runter. Ah, okay. Oder auch beim Jagen, wenn du die ganze Zeit rumläufst. Hatte ich bis jetzt noch nicht einmal. Ich bin auch schon öfters gestorben dadurch. Man muss es ja nicht oft haben. Es reicht einmal und man hat nichts dabei. Normalerweise von einmal vergiften, kriegst du so 50, 60 abgezogen. Wenn du halt Pech hast, auch mal 100, 150. Ja, und dann kommt Wolf von hinten und du bist am Arsch. Genau. Oder du wirst zweimal hintereinander vergiftet auf zwei Feldern. Das hatte ich auch schon. So, ich habe wieder ein paar Hühners geschlachtet. Für Hasen reicht es leider nicht. Da haben wir noch nicht genug. Das ist ja doof. Gibt kein Leder. Richtig. Und auch nur zwei Knochen. Und auch nur zwei Knochen. Hm, die Öfen sind noch nicht kaputt gegangen beim Schmerzen. Was? Sie sind alle leer. Eventuell halten sie tatsächlich noch einen durch. Wahrscheinlich jetzt wo ich es gesagt habe, gleich eine Platte pro Ofen und fertig. Hast du erstmal noch genug Material? Ja, sind 400 Nägel da, Fläche und Teile für Lemmy sind fertig. Das ist nur ein Teilauftrag, ich habe schon noch mehr. Das ist mir klar, Schlösser bin ich jetzt gerade dran. Wo ist der gute Fritz denn unterwegs? Oh, bist du leise? Ein bisschen, ja. Bist du irgendwo im Wald? In deinem Haus gerade. In deinem Haus, okay. Warum? Aber ich habe da noch was beim Schlachten für dich gekriegt. Ich habe 37 Fläschchen fertig, mehr gibt es gerade nicht. Okay. Das ist trotzdem eine ganz schöne Ansage. 37 Fläschchen. Ja, da kann ich zumindest einen großen Teil mit verbrauchen. Die kommen ja auch wieder, werden ja immer recycelt, wenn wir sie leer trinken, haben wir sie ja wieder. Aber ich habe gerade noch andere Sachen, die ich bauen muss. Fläschchen in der Kiste oder was? Ich mache sie hier in das erste Fass. Der Jucke gehört? Bitte was? Die Schmiede ist schon wieder weg. Okay, was brauche ich dafür gleich? Ja, ich muss gerade gucken, was ich dafür brauche. Hartholz oder Weichholz? Ich glaube weiche Hartholz. Weichholz und zehn Nägel. Gucke ich gleich. Auf wie viel hattest du die hoch repariert? 3.800. 3.900 gesagt, gell? 3.815. Die haben 6.800 maximal. Das war nicht voll. Er hat gesagt halb voll. Ja ne, bei halb voll sind sie ja kaputt. Ich brüchte noch drei Bänder. Sind hier in dem Fass. Okay. Wenn sie die Hälfte haben, hier im ersten, vorne, da hinten. Wenn sie die Hälfte haben, gehen sie kaputt. Genau. Und da habe ich sie dann auf 3.800 hoch repariert. Ja, und das hält nicht lange. Das ist hier auch fast die Hälfte. Also das waren jetzt 100 Nägel, zwei Bänder und ein paar Schlösser. Gut, ich guck nach Weichholz. Ich bin ja gerade im Wald. Sorry, die sind halt zu teuer, um sie abzureißen und hinzustellen. Und du musst ja irgendwann auch Gebäudewartung hochkommen, oder? Ich bin schon auf 31. Okay, ne 99er Kiefer, die lass ich stehen. Das Problem ist halt, dass er kein Leder hat für die mittleren Reparaturkits. Ich weiß auch nicht, wie viel die mittleren bringen oder die großen. Mehr als die kleinen. Also ja, aber ob es das Leder wert ist. Weil Weichholz und ein paar Nägel, das ist ja nicht das Problem. Leder schon. Also ich sag's mal so. Meines Erachtens nach die mittleren und großen Reparaturkits für die Gebäude. Alles andere nur mit kleinen machen. Ähm, du meinst die Werkgebäude? Ja. Also die ganzen großen Gebäude definitiv mit den großen Klamotten. Und so das, was ihr jetzt die ganze Zeit benutzt, die Schmiede, so würde ich mit kleinen zusammenzimmern. So oft wie sie kaputt sind, wage ich es dir zu widersprechen. Das kannst du gerne in der nächsten Folge machen. Ist schon wieder rum? Ja. Okay. Dann sag ich mal, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Prozedere mit Sicherheit inzwischen. Gerne ein Abo dalassen, Daumen nach oben oder einen Kommentar. Freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr mitspielen wollt, jeden Sonntagabend von 18 bis 22 Uhr sind wir hier erreichbar. Hier auf dem Server. IP und Passwort stehen unten in der Videoüberschreibung. Könnt ihr gerne dazukommen. Freuen wir uns auch immer drüber. Und dann, bis morgen. Tschüss.